Walt Disney Pictures präsentiert in Kürze Basil, der große Mäusedetektiv. Den absolut umwerfenden neuen Zeichentrickfilm. Sie werden begeistert sein. Hallo Tobi. Ha ha! Vorsicht! Eine Geschichte voller Streicher und Abenteuer mit einer Parade köstlicher Disney-Originale. Die Greifer. Olivia. Sie holen mir meinen Daddy zurück. Daddy Hampelmann. Ich hab mir solche Sorgen gemacht um ein kleines Mädchen. Der verwegene Dr. Was denn? Wir müssen etwas tun. Und natürlich Basil, der größte aller Mäusedetektive. Geschafft, alter Junge! Und Rattenzahn, der Schurke, den Sie mit Begeisterung hassen werden. Sie sind eine schleimige, widerwärtige Kanalratte. Wie haben Sie mich genannt? Eine Zaubershow. Ungeheuerlich. Basil, der große Mäusedetektiv. Ein einfach hinreißendes Kinovergnügen für Jung und Alt.